Was geht, was geht, YouTube? Und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video und natürlich von Fortnite. Wir haben letztes Mal Fortnite zwei Runden gespielt und ja, ich habe zwischendrin immer so ein bisschen nebenbei gedaddelt, daddelt und ich bin halt, ja, relativ weit jetzt schon. Nebenbei machen wir immer noch ein bisschen Aufträge, mal gucken, was wir heute so an Aufträge machen. Ich hoffe, das wird was. Ansonsten, wenn du gespannt bist und dir Fortnite gefällt, bleibst auf jeden Fall dran. Ich würde mich echt drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns nach dem Intro gleich wieder. Bis gleich, ihr Lieben. So, ich würde sagen, heute geht's los. Wir werden mal gucken, ob wir unseren Battle Pass ein bisschen weiter kriegen und wir haben ja schon einiges jetzt im Battle Pass erreicht. Für ein bisschen wenig Geld haben wir uns schon mal den Battle Pass gegönnt. Wir werden natürlich schauen, dass wir, dass wir da natürlich auch ein bisschen höher kommen, finde ich. Ähm, ansonsten. Oh, bau nicht möglich. Dann geht los hier. Oh, aha. Geht schon voll drin hier. Dann werden wir mal gucken. Äh, wir haben ja noch ein paar Aufträge hier, ne? Eliminiere. Okay, besuche gleich. Ach, da hinten. Okay. Okay, würde ich sagen, gehen wir einfach da hin. Boah, so weit? Na, ist egal. Shit drauf. Kriegen wir hin. Machen wir. Neuer Skin ist auch am Start, würde ich sagen. Zwei neue haben wir ja schon gekriegt. Ja. Boah, wir werden mal gucken. Wir werden hier mal die täglichen Aufträge wieder mal ein bisschen machen. Gucken. Erziele Kopfschüsse mit Pistole bei Gegnern. Mhm. Eliminiere Gegner mit Sturmgewehr. Ja. Boah, warum nicht, ne? Würde ich sagen. Na, bei Van Doom brauchen wir gar nicht landen hinten. Also ich hatte gestern Abend, hab ich mal gespielt, hab ich mir die Van Doom Handschuhe mal gegönnt. Ja, äh, das wurde denn, ja, relativ langwierig, das Ganze. Ähm, ist ja doch so einiges anders bei den Handschuhen. Aber ansonsten macht voll Fun. Also mit den Handschuhen macht echt Fun, dass man da wirklich, joa, pach. Oh shit, das war zu spät aufgemacht, das Ding. Fliegen wir genau gegen. Hab ich gewusst? Ah, super. Ey, ich wollte doch noch ins Grand Hotel, Mensch. Da kannst du doch nicht jetzt kommen, Junge. Oh, da kommt noch einer runter. Irgendwo. Ja, da hinten kommt die Wolke. Äh, wir hauen wieder ab. Würde ich sagen. Ohne Waffen geht das hier gar nicht. Und runter hier. Los. Go, 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 go. Halten wir uns ein bisschen, ein bisschen heute wieder raus hier aus der ganzen Sache. Naja, so wie wir sonst auch immer spielen. Also so wie ich sonst auch immer spiele. Ein bisschen zurückhalten. Dann kommen wir so mal unter die letzten. Na, Top Ten kommen wir immer. Schaffen wir meistens immer. Haben wir es halt auch. Brrrr. Und. Ja, wir werden mal gucken. Vielleicht kriegen wir das alles so hin. Vielleicht auch nicht. Hm, ich weiß es noch nicht. Ja, mal gucken wir hier los. Go, 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 go. Oh, wir wollen hier die ersten Abschlüsse und den ersten epischen Sieg wieder heute holen an dem Tag. Ja. Das ist auch wieder mit War Machine. Äh, dieses War Machine Ding. Ne, muss ich auch noch machen. Na, klar, 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 klar. Oh, da geht's ab. Bitten in der City geht los hier. Und zack, rin in die Tür. Ruf die Türchen. Munition sammeln. Hä? Okay, Waffe. Waffe. Die muss ja mal einer sehen hier. Heute wieder so voll. Die Karte ist nur so voll, so groß, ey. Aber wir haben schon mal ein Schilder uns weggesnaggert. Wie die Frage ist. Man hört hier irgendwo was. Los, mal ruf hier, das Ding. Ich will hier rennen. Los. Los. Die Karte ist nur so voll, aber wir haben hier noch ein Schilder uns weggesnaggert. Ah, eine Pumka an. Oh, hier lacht eigentlich mal was. Mal mitnehmen. Oh, hier die Kiste duscht erst mal eine Runde. Oh, mal rennen hier, das Ding. Was ist auch geil hier. Bö, 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 bö. Wie, weil der Zug einsteigt hier. Hallo. Ah, ein Pumka an. So, wo ist hier was los? Ich will... ...ne Runde fighten hier. ...dürfen wir heute nicht, oder warte? Was ist denn hier los? Ich will... ...kommt hier jetzt schon los. Oh, denk mal. Aber... ...nisch gemacht? Ach, wir sind doch in den Top 50. Hm, okay. Passt, würd ich sagen. Oh, da rumläuft doch noch einer. Boah, hier ist übelst was los. Weg mit dir, Freund hierhin. Oh, hier war doch noch einer, ne? Ist der schon abgehauen, oder was? Deco, Deco, live, live. Oh, einen ist getroffen heute. Ach, das ist doch blöd. Ich hab gedacht, wir treffen heute mehr. Ey, lass das mal auf, Freundchen. Oh, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du? Sag doch mal jetzt hier. Die nehmen wir. Und die nehme ich auch. Okay, danke. Hey, zwei Kills schon. Krass. Läuft. Jetzt haben wir einen Run. Jetzt haben wir einen Run. Ich schieße nicht auf mein Auto. Ich habe mir gerade das Auto frisch geknaut, Alter. Was ist los mit dir? Sorry. 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 Du hast auf mein Auto geschossen, Alter. Was ist los mit dir? Was ist mein Auto kaputt hier, oder was? Aua. Hey, lass mein Auto in Ruhe. Okay. Ich habe mein Auto kaputt geschossen, ich habe mein Auto kaputt geschossen. Aber ich denke mal, ich habe mein Auto kaputt. Aber ich denke mal, der Letzte wird wieder hier irgendein, so ein, ne? Wir haben hier so ein, ne? War Machine. So, wo finde ich jetzt ein Auto? Ich brauche ein Auto. Was ist das Auto? Oh, was ist das Auto? Was ist das Auto? Oh, du sitzt hier auch gemütlich, ne? Was geht? Ich habe mein Auto angefahren. Ich habe mein Auto angefahren. Okay. Okay. Bleib ganz ruhig. An absolutely. Mach! Mal看. ер Deine. ? Er. Wir wollen disso. Geräusche. Er. Können Vipen? Er. 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 Er力. Er. Er. . Toll. Kein Auto. Super. Vier Kills, kein Auto. Schön, nur weil der mein Auto kaputt geschossen hat. Muss ich auch noch zu Fuß laufen. Wäre ja noch schlank. Ah, und da drüben geht's übelst ab. Wuhu. Aber wir sind erstmal schön in der Base. Okay. Oh, und da geht's übelst ab da hin. Noh. Nö, nö. So geht dat. Oh, da kommt Wohnmaschine. Da kommt Wohnmaschine. Nee, nee, da wollen wir Angst vor dem. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, nö. 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 Nö, nö. Nö, nö. Nö. Ah, jetzt kommt die Zone gleich Ich will nicht Ja, komm Komm jetzt, mach, mach, mach Go, 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 go Da fährt ein Auto Da fahren mehrere Autos, alter Vater Was ist da los, Junge? Ey, lass das doch mal sein Hör doch mal auf, du schießen, du Doppel, du Dobby Es ist wirklich, immer diese Komm, wir ballern jetzt, los Hoffen wir doch nicht Wofür? Hab da ruhig einen tiefenentspannter Zahnbrennend Auto, äh, Rennetwasser Dünn, 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 dünn Oh, elf Spieler nur noch So, wir müssen Wo müssen wir denn jetzt hin? Äh, da oben ist die Zone Oh, letzten zehn Du, 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 du Auch hier Oh, Ironhide, Ironhide Jetzt aber schnell weg Du, 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 du Das ist da, was ich meine Hoppala Gegen den, der kann fliegen Das können wir nicht Da ist er Aua, 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 aua Nicht schießen Nicht schießen Oh, sind zu viele hier Okay, hört er sich schon Jetzt kommt er mir Oh, noch hinterher gelaufen Das ist wieder so Typisch Geh dich doch umeinander Kümmern, Mensch Wo ist ihr Problem? Ah, ja Fliegen, fliegen ist blöd Typisch Oof Ah Okay Da oben ist er Da oben schwebt er Die Ratte Aua Sag mal Musst du mich verraten Oder was? Toll Toll Zwei von Ja Zwei von der Sohn Möbel Ich wäre jetzt also Ja, das war logisch Ja, das war logisch Das glaube ich jetzt Jetzt glaube ich jetzt Jedenfalls mal nicht So, zurück zur Lobby Ja, okay Wir haben nicht viel Viel erreicht Wir sind eigentlich nur Ein bisschen rumgegammelt In der ganzen Map Naja, aber es geht Es geht Finde ich jetzt nicht schlecht Also wir sind 56 Also wir sind 56 Das geht Ja, Battle Pass haben wir schon ein bisschen Wart Aber Wie gesagt, ich spiele immer so nur zwischendurch Genau Den möchte ich noch gerne haben Und Sie möchte ich noch gerne haben Am besten den auch noch Aber Ja, bis Level 90 Bis zum Ende muss man da hin Und Ansonsten Geht es eigentlich ganz gut Finde ich Ist jetzt nicht so schlimm Ja, wenn du Ja Ansonsten Würde ich sagen War es das von der Folge aus Erstmal Ich würde mich freuen Wenn ihr natürlich Einen Daumen nach oben da lasst Wenn euch das Video gefallen hat Und ansonsten Sehen wir uns in der nächsten Folge Entweder Fortnite oder etwas anderes Das weiß ich noch nicht Aber müssen wir mal sehen Ansonsten Haut rein ihr Lieben Bis zum nächsten Video